SRP – Gesellschaft für Stadt- und Regionalplanung. 20 Jahre IT-Lösungen von Anwendern für Anwender. Gemeinsam mit Ihren Kunden entwickeln die Planer, Kartografen und Geoinformatiker der SRP Anwendungen für öffentliche und private Verwaltungsaufgaben. Sorgfältige Prozessanalysen und zukunftssichere Systemarchitekturen sind die Grundlage für die solide Entwicklung der SRP-Software. Als Softwarehaus und Dienstleister betreut die SRP zum Beispiel zahlreiche Planungsverfahren und Informationssysteme des Landes Berlin. Darunter der Flächennutzungsplan und das Geoportal der Hauptstadt.